Die weiteren Aussichten Herbert Schefko steht nackt und gekrümmt da und schaut in ein kleines rundes Aquarium hinein. Grünlich spiegeln sich die Wellen in seinem Gesicht. Schön ist Herbert nicht, aber lang. Schon damals im Kindergarten hat seine gelbe Pudelhaube bei Ausflügen in den Wald, in den Zoo, ins Heimatkundemuseum oder sonst wohin die anderen gelben Pudelhauben um eine Kopflänge überragt. Wie eine genetisch missratene, überlange gelbe Blume im Beet der Gutgewachsenen hat er ausgesehen. Aber das ist vorbei. An solche Sachen denkt Herbert Schefko jetzt nicht, während er nackt und gekrümmt vor dem kleinen runden Aquarium steht. Dämmerig ist es im Zimmer. So früh morgens schwächelt sich noch wenig Licht durch das einzige Fenster herein. Ein Bett, ein Stuhl, eine Kommode, ein Schrank, ein paar Regale, eine Lampe, das Aquarium, das grünliche Schimmern und Herbert. 27 Jahre alt ist Herbert jetzt und eben wirklich nicht schön. Die Füße groß und schmal, die Beine karzellenhaft lang und dünn, die Knie spitz, das Glied kurz, der Bauch flach, die Brust flach, beide fein kräuselig behaart, die Schultern hoch, schnurschlanke Arme, große knöchelige Hände. Herberts Kopf ist ein bisschen ausgebeult. Das Kinn eine Kante, der Mund klein und geschwungen, die Nase schief, Ohren sind noch nie aufgefallen, gibt es aber auch. Die Haare haben sich weit nach hinten verzogen, in den letzten Jahren von der Stirn verdrängt. Das einzig Schöne, das einzig wirklich Schöne an Herbert sind seine Augen. Hellblau sind die, glänzend glatt und groß. Im Aquarium sind weiße Kieselsteine, ein kleines hölzernes Schiffswrack und ein Fisch. Der Fisch heißt Georg. Vor ein paar Jahren hat Herbert den so getauft, als die Pubertät in ihm noch herumgewühlt hat. In einem kleinen Anfall von Einsamkeit hat er den damals einem Schulkollegen abgebettelt. Offiziell ist Georg ein Zierfisch. Wobei, wo da eigentlich die Zierde sein soll, müsste man sich einmal von einem inspirierten Zofachgeschäftverkäufer erklären lassen. Auch Georg ist nämlich nicht schön. Klein und rund und gelb, mit einem blässlichen Streifen an der Seite. Ob er sich etwas denkt, während er da jetzt zu dem nackten und gebückten Herbert über ihm hochschaut, lässt sich schwer sagen. Jedenfalls schauen sich Herbert und Georg eine Weile so an. Und dann, ganz plötzlich, hebt Herbert eine Hand, lässt sie mit spitzen Fingern kreisen und verstreut ein bräunliches Pulver über den grünlichen Wasserspiegel. Wie brauner Schnee sinkt er langsam auf den Grund. Den Fisch Georg interessiert es nicht. Noch nicht. So hat Herbert also seinem Fisch das Frühstück bereitet. Er hat sich ohne modische Überlegungen, wahrscheinlich ohne überhaupt irgendetwas zu überlegen, angezogen. Socken, Schuhe, Hemd und kurze Hose. Ist aus seinem Zimmer hinaus um die schmalen Treppen hinuntergelaufen. Schnell vorbei an den vielen alten Wandfotos. Und ist dann rechts abgebogen in den Wohnraum hinein. Und da sitzt er jetzt, am kleinen Tisch. Und schaut zu, wie sich die Sahne im Café verflöckelt. Und noch jemand sitzt am Tisch. Ihm gegenüber nämlich. Das ist Herberts Mutter. Frau Schäfko hat ihre bunten Jahre schon lange hinter sich gelassen. Jetzt ist sie alt. Herbert ist ihr spät noch passiert. Praktisch in letzter Sekunde vor Torschluss. Ein Unfall, ein Ausrutscher, wie Frau Schäfko selbst immer wieder erzählt. An der Kasse vom Supermarkt, im Wartezimmer beim Zahnarzt oder sonst wo. Wein und Schnaps waren damals auch im Spiel. Aber das erzählt sie nicht. Alt ist sie jetzt also und sieht auch so aus. Der Körper klein und ausgemergelt, der Rücken verbogen, die Haut ledrig, die Hände fleckig, die bräunliche Haare angegraut, das Gesicht vom Leben zerwühlt, alles matt und schattig. Nur die Augen leuchten noch. Hellblau, glänzend, glatt und fast ein bisschen zu groß. Wie geht es dem Fisch heute? fragt die Mutter. Schlechte Laune hat er, sagt Herbert und klopft vorsichtig am Frühstücksei herum. Fische haben keine Launen, sagt die Mutter. Wieso willst du dann wissen, wie es ihm geht? fragt Herbert. Gesundheitlich halt, sagt die Mutter. Aha, sagt Herbert. Das Ei ist jetzt offen. Gerade groß genug für Herberts kleinen Löffel ist die Öffnung. Wie künstlich nachgefärbt sieht der Ei dort aus, denkt sich Herbert und schiebt das Löffelchen in den Mund. Der Mutter fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ganz langsam lässt sie den Kopf sinken und schaut wieder in ihren Kaffee hinein. Herbert auch. So geht es schon seit Jahren mit den beiden. Reden irgendetwas, ein paar Sätze, ein paar Worte und dann schauen sie in ihre Kaffeetassen hinein. Früher war da bei Herbert noch Kakao drinnen. So viele Jahre geht das schon. Irgendwann aber haben Frau Schäfke und Herbert dann fertig gefrühstückt und sich fertig ausgeschwiegen, sind gleichzeitig und abrupt aufgestanden, in ihre rot-gelben Arbeitskittle geschlüpft und durch die hintere Tür aus dem Haus gegangen. Und so marschieren sie jetzt durch den kleinen Garten, die Mutter voran, Herbert hinten nach. Einmal um die Ecke, den Zaun entlang, an der Mauer entlang, am Haus entlang, über die große, rissige Betonfläche. Die Mutter steigt über eine ölige Pfütze, Herbert steigt hinein. Und weiter gehen sie an den beiden Müllcontainern, am Saugautomat und an der kleinen Werkstatt vorbei. Vor der Waschanlage bleiben sie stehen. Die Mutter hat die Schlüssel, sperrt auf, legt den Hebel um, drückt die Knöpfe, den roten, den schwarzen, den grünen. Herbert steht dahinter und schaut zu. Ob denn heute jemand kommen wird zur Autowäsche, denkt sich Herbert. Jetzt im Frühling sind die Autos ja nicht mehr so anfällig für den Dreck. Und außerdem gibt es ja anderswo, hat man schon gehört, viel größere, buntere, leistungsfähigere und insgesamt sowieso beeindruckendere Waschanlagen, ganze Waschstraßen, vielleicht mittlerweile sogar schon ganze Waschtäte oder Waschlandschaften. Weil eines ist klar. Autos sind den Menschen wichtig. Wichtiger als vieles andere im Leben. Wichtiger zum Beispiel als gesunde Ernährung. Oder soziale Verantwortlichkeiten. Oder die eigenen Kinder. Früher haben die Autos einen Kratzer gehabt. Heutzutage haben sie Wunden. So ungefähr denkt sich Herbert allerhand zusammen, während er an der Waschanlagen-Eingangstür steht. Die Mutter ist inzwischen schon hinübergegangen, unter dem Tankstellenvordach hindurch, an den drei Zapfsäulen vorbei, hat den Verkaufsraum aufgesperrt und ist drinnen verschwunden. Gleich darauf ist dann das Licht angegangen, überall an der Tankstelle. Vor allem das Licht an den Benzinpreistafeln, die hoch oben und weit sichtbar an dem langen Tankstellenmast hängen. Diesel, super, normal, bleifrei. Noch ein Stück weiter oben, auf der Mastspitze, ist ein Schild befestigt. Bei dem hat es nicht mehr für eine ordentliche Beleuchtung gereicht. Eine einzelne Glühbirne hängt am unteren Schilderrand und glimmert zart die Buchstaben an. Billig tanken bei Chefkos, steht da. Das hintere S von den Chefkos ist ein bisschen schief und sieht überhaupt ganz anders als die andere aus. Das muss irgendwann irgendjemand im Nachhinein da oben dazu platziert haben. Und so ist also die kleine Tankstelle mit dem kleinen Haus und dem noch kleineren Garten auch an diesem frühen Morgen wieder aufgewacht. Oben zerrinnt der Nachthimmel. Ganz langsam ist es heller geworden. Kein Tag noch, aber fast. In der einen Richtung verliert sich die Straße im Dunkelviolett immer der Nacht hinterher. Ein Kirchturm lugt mit seinem Kirchturm-Spitzenuhrenauge über einen Hügel. Als ob der herüberschauen wollte. Herüber zur kleinen Tankstelle und noch weiter hinaus der Sonne entgegen. Die nämlich geht jetzt auf. Dort ganz weit hinten, wo in der anderen Richtung die Straße im gelben Dunst verschwindet. Ein paar vereinzelte Dächer blitzen schon auf. Und die Sonne ist rot und der gelbe Dunst wird weiß und es flimmert. Herbert sind irgendwann seine Waschanlagenfantasien weggeglitten. Eine Weile ist er noch so leer vor sich hinschauend dagestanden. Dann aber ist er seiner Mutter hinterher, hinüber und in den Verkaufsraum hineingegangen. Jetzt steht er neben der Mutter an einem Regal und ordnet die Zeitschriften. Durch die hohen Scheiben glitzert die Morgensonne herein. Der Verkaufsraum schaut aus, wie ein Verkaufsraum ebenso ausschaut. Regale und Ständer mit allerhand Sachen. Da die essbaren, dort die ungenießbaren. Motoröle, Starterkabel, Schlüsselanhänger und so. Eine große Kühlwand für die Biere. Dosen und Tuben und Päckchen und Tüten. Alles, was man so braucht als Proviant oder als Geschenk. Oder um den schreienden Kindern das Maul zu stopfen. Und dann gibt es noch eine Kasse und eine kleine Bar mit drei Hockern, zwei Zapfhähnen und einem Würstchen-Warmhaltebehälter. Zwei Würste liegen da drinnen. Langsam rinnt das Würstchenwasser an der heißen Scheibe herunter. Sicher ist sicher. Manche Leute haben nämlich schon am frühen Vormittag einen ungesunden Appetit. Obwohl eigentlich sowieso nicht viel zu erwarten ist. Das Tankstellengeschäft hat bessere Zeiten gesehen. Die große Freiheit auf vier Rädern ist das eine. Der Benzinpreis ist das andere. Und billig tanken bei Chefkos ist auch kein Werbeslogen mit Zugkraft mehr. Billig ist nämlich heutzutage ohnehin fast alles und ziemlich jeder. Und deswegen stehen Herbert und seine Mutter jetzt eher unaufgeregt nebeneinander am Regal und ordnen die Zeitschriften. Flink sind die Handgriffe, eingeübt und abgestimmt, als ob sich da ein geschickter Choreograf was ausgedacht hätte. Da muss nichts mehr geredet werden. Da versteht sich alles von selbst. Die Zeitungen ganz nach oben, kurz die Überschriften überfliegen, immer dasselbe, ewig das gleiche, die Eselsohren mit einer beiläufigen Bewegung gerade knicken, dann die Wochenblätter, hauptsächlich für die Frauen, für die Alten, für die Jungen, für die ganz Jungen und natürlich auch für die Mädchen. Pferde, Ohrringe, Menstruation und so. Dann schon die Monatszeitschriften, die mit Anspruch und die ohne. Fernsehen, Autos, nackte Weiber und ganz unten die Comics. So, ich gehe die Blumen gießen, sagt Herbert und stopft das letzte Heftchen an seinen Platz. Das sind keine Blumen, das sind Krüppel, sagt die Mutter. Das macht nichts, sagt Herbert, Natur ist Natur. Mit der Natur hat Herbert den schmalen Grünstreifen zwischen Tankstelle und Straße gemeint. Da drauf am Fuß des hohen Masters mit den Benzinpreistafeln und dem Billigtanken bei Chefkurs Schild steht er jetzt. Eine Gießkanne in der Hand und betröpfelt ein paar winzige weiße Blumen. Vielleicht sind diese Blumen ja wirklich Krüppel, denkt sich Herbert, aber Leben tun sie. Winzig, schief, verbogen und verstaubt stehen sie da, aber innen drinnen, so stellt sich Herbert vor, pulsierter Blumensaft. In einem kleinen Anfall von Übermut beginnt Herbert die Gießkanne immer schneller und wilder hin und her zu schwenken. Glitzernd überschlagen sich die Tropfen in der Luft. Schön ist das. Natürlich hätte er auch den Schlauch nehmen können. Aber er hat sich nun einmal für die Gießkanne entschieden. Herbert entscheidet sich immer für die Gießkanne. Die Ökonomie beim Arbeiten ist ihm nämlich scheißegal. Das Einzige, was zählt, sind die in der Sonne herumtollenden Tropfen. Im Flimmern der Strasse weit weg noch regt sich etwas. Etwas blitzt auf. Etwas Blaues. Zu niedrig für einen Traktor, zu schmal für das erste Auto des Tages, sogar zu klein für ein Motorrad. Blitzt blau auf, wackelt hin und her, löst sich aus dem Flimmern und nimmt Gestalt an. Ein blaues Fahrrad ist das. Darauf ein Mensch mit hellbraunen Haaren. Ganz fest kneift Herbert die Augen zusammen. Nur selten kommen an der Tankstelle Fahrräder vorbei. Manchmal am Wochenende verirren sich ein paar dickliche Rennfahrer mit Ansprüchen, aber ohne Kondition. Die strampeln dann schweißnass in ihren papageienbunten Anzügen an der Tankstelle vorbei und schauen ernst unter ihren noch bunteren Helmen hervor. Manchmal bleibt einer stehen, steigt keuchend ab, lehnt das federleichte Rennrad an eine Zapfsäule und wankt mit breitem Gang in den Verkaufsraum hinein, ein Wasser, ein Bier vielleicht, ein Würstchen sogar. Oder den Toilettenschlüssel. Und dann steigt er wieder auf und fährt weiter, immer dem Traum von der besseren Figur hinterher. Aber dieses blaue Fahrrad ist anders, langsamer und kleiner. Ein Klapprad ist das. Eines, wie es früher jedes Kind gehabt hat. Auch Herbert. Nur war Herbert sogar als Kind schon zu lang für ein solches Klapprad. Wie ein Weberknecht hat er ausgesehen, als er damit von der Tankstelle über den Hügel am Kirchturm vorbei und zur Schule gefahren ist. Auf der Landstraße kommt das blaue Klapprad näher. Und jetzt sieht Herbert auch, dass hinten ein Wägelchen befestigt ist. Das schlingert und wackelt leicht hin und her. Beladen ist es auch. Alle Hand Zeugs türmt sich da auf, verborgen unter einer Wolldecke. Der Mensch auf dem Klapprad ist eine Frau. So viel kann Herbert jetzt schon erkennen. Eine junge Frau. Die hellbraunen Haare sind kurz und stehen irgendwie vom Kopf ab. Frisur gibt es keine. Einen gelben Pullover trägt die Frau trotz der morgendlich aufblühenden Hitze und darunter eine kurze hellblaue Hose, ähnlich wie die von Herbert. Die Beine allerdings haben mit seinen Beinen keine Ähnlichkeit. Wären nämlich Herberts Beine lang und fadendünn aus seiner kurzen Hose heraushängen, sind die Beine der Frau von gesunder Rundlichkeit. Überhaupt ist diese ganze junge Frau ziemlich rund. Oder dick. Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Gott sei Dank, denkt sich Herbert, hat sie keinen bunten Rennanzug an. Die Beine also rund und glatt und weiß. Die kurze hellblaue Hose ein bisschen zu eng. Eigentlich sogar viel zu eng. Ganz genau sieht Herbert, wie sich der Stoff in die pralle Oberschenkelrundlichkeit hineindrückt. Fest und schnell strampeln die Beine an Herbert im grünen Streifen vorbei. Fast hätte er wegen diesem prallen Gestrampel das Gesicht von der jungen Frau verpasst. Aber eben nur fast. Jetzt schaut er doch noch hoch. Sieht die roten, schweißglänzenden Backen, die kleine, runde Nase, den leicht geöffneten Mund, die Sommersprossen. Er sieht die hohe Stirn und die kleinen Ohren sieht er auch. Die braunen, kurzen Haare hat er schon von Weitem gesehen. Die interessieren ihn jetzt gar nicht mehr.